Denn ich rolle mit meinem Besten. Denn ich rolle mit meinem Röder. Willkommen zu einer neuen Folge Village Wars. Und natürlich sind dabei der Röder und der Ludus. Aber ich bin momentan der Einzige, der auf den Server joint. Weil wir hatten ja beim letzten Mal wunderbaren Besuch in unserer Stadt von Flo. Da wir noch nicht ganz wissen, ob er jetzt wirklich noch hinter mir her ist oder nicht, dachten wir, ich joine zuerst auf den Server und nach, keine Ahnung, einer halben Minute oder einer Minute, wenn dann nichts kommt, joinen die beiden anderen auch hinterher. Wir haben dich durchschaut, Flo. Ja, ja. Get rekt. Get rekt, get rekt, is. Ich hatte ja ungefähr die richtige Richtung hinbekommen. Nur hoffe ich jetzt, dass ich da wirklich irgendwie die richtige Richtung hinbekommen habe. Wo laufe ich gerade hin? Vielleicht laufe ich gerade wieder komplett falsch. Ich weiß es nicht. Na komm, nehme ich nochmal ein paar Schweinchen mit. Kann man ja immer mal machen. Und ja, sollte natürlich jetzt Flo kein Interesse daran haben, joinen die beiden einfach hinterher und wir werden uns mal so ein bisschen beraten. Und ich denke mal dann Häuser bauen oder so. Ich würde sagen, wir joinen jetzt in 1 Minute 10 vergangen. Okay. Wahnsinn. Oh. Oh, fuck, Mann. Wo muss ich hin? Part und. Tyra startet. Ja, ich hatte Caps an, weil ich gerade ja meinte, dass du gesäubert hab. Söchen. Ich müsste natürlich jetzt eigentlich nur irgendwie wissen, wo zur Hölle ich genau hin muss. Zur Stadt? Ja, wo ist die Stadt? Vielleicht laufe ich hier gerade richtig. Bei mir und Röder ist die Stadt. Wo genau? Koordinate war doch 1300 noch irgendwas, ne? Äh, 1397, 64, 14. Oh, du heiliger. Da muss ich glaube ich irgendwie in diese Richtung? Das weiß ich nicht. So. Ne, da muss ich genau in diese Richtung. Okay, ich hoffe, ich laufe jetzt richtig. Erschrecke sie richtig so. Ähm, kurze, kurze Bitte. Könntet ihr eventuell schon mal irgendwie Cobblestone in Öfen packen oder so weiter? Weil, äh, weil ich hätte schon Interesse daran, eine Schmiede zu basteln. Dementsprechend, äh, ich bräuchte Steinziegel, deswegen. Das ist nicht mein Job. Der, der König befehlt. Okay, hab ich gemacht. Danke, danke, danke. Ein Steak. So, ich hoffe, du hast Obsidian dabei, ne? Ja, ich hab alles mögliche dabei, was wir brauchen. Ja, das wäre ganz gut. Den Weg finden. Also während der Wartezeit könnten wir da natürlich auch schon anfangen zu verzaubern und allen Quatsch. Dementsprechend hoffe ich mal, dass ich da jetzt gleich diese Scheiße finde. Nicht so ausfallen, der König, nicht so ausfallen. Ach, bin ich behindert, Alter? Ja. Jetzt hab ich mir ne Schaufel gemacht, obwohl ich noch eine hab. Top. So, in diese Richtung. Da müsste irgendwo das Dörfchen liegen, unser Städtchen. Unser Zuhause. Ach, ja, ich seh schon jemanden. Ja, unsere Flagge. Ich seh sie. Oh, toll. Also, ich weiß nicht genau, wo der Flo jetzt stand. Ich glaube, der stand wirklich auf dem Berg drauf, oder? Der stand wirklich hinter, also direkt an der Stadt auf dem Berg. Ja, das heißt, sollte er wirklich... Und hier bist du, und hier bist du, wo du rausgekommen bist. Also, ich bin nicht verkannt, wo du rausgekommen bist. Wenn ich das so recht in Erinnerung habe. Da hinten ist der Mr. Hi. Hallo. Ich bin da. Über der Flagge. Hi. Süchen. Okay. Spack. Zur Begrüßung krieg ich erstmal ne Faust ins Gesicht, ey. Das war ein High-Five. So, ich werd dann... Das Buch, du hast doch gesagt, du hast auch schon ein Buch gemacht, ne? Ja, das ist in der Einschaufel. In der Einschaufel, in der Eintrug. In der Einschaufel, super. Gut, dass das in der Einschaufel ist. Süchen. Verzauberungstisch hätt ich schon mal. Also, wer verzaubern möchte, der kann verzaubern. Habe ich einfach mal hier reingestellt. Und wir haben noch genau sechs Diamanten übrig. Also, wenn dann noch irgendjemand mal irgendwie was möchte, der kann dich da irgendwie, keine Ahnung, ein Diaschwert rauscraften oder whatever. So, wir müssen übrigens auch mal irgendwie gucken, dass wir innerhalb des Lagerhauses eine gewisse Ordnung von den ganzen Truhenquatsch finden, weil wir haben ja wirklich alles kreuz und quer mit Eisen und allen Quatsch. Ja. Oh! Bin ich ganz deiner Meldung, Chef. Danke, danke, danke. Ähm, gut. Redstone packe ich erstmal hier rein. Darf es auch. Komm, ist doch Kohle, Kohle, Spinnenaugen. Einen Quatsch, den ich jetzt nicht brauche. Äh, wie sieht's eigentlich mit Pfeilen aus? Hat jemand von euch schon Pfeil oder so weiter? Drei. Okay, äh... Das wären schon mal zehn. Ja, wir haben nochmal vier Flint und elf Federn, da mach ich gleich nochmal was draus. Ja, ich würd aber auch gern mir aus dem Flint ein Feuerzeug machen, also wenn du mir eins so gut lassen würdest. Einen Flint lass ich dir dann in der Truhe. Und da wär ich ein. Weil ich würd nämlich im Grunde anfangen, mir erstmal einen starken Bogen zu machen. Klingt, äh, logisch. Musst du auch damit umgehen können, ne? Ja, kann ich. Okay. Jetzt jagen die Leute hier wieder irgendwas bei mir in die Luft. Okay, also, auf meine Rüstung hab ich jetzt, ähm, auf dem Helm Unbreaking und auf deinem Rest hab ich überall Schutz drauf. Okay, das Eisenschwert lohnt sich nicht zu verzaubern. Das kann ich jetzt auch anders machen. Bisschen Sand. Das ist toll, das ist cool. Ähm, okay, ich hätte da jetzt noch wie... Ähm, hat jemand von euch was geschrieben? Nein. Ah, warte mal, Flo schreibt gerade. Soll ich kommen? Nein, ich hab's kaputt gemacht. Also ich hab mir jetzt... Scheiße! Flo hat mir geschrieben, soll ich kommen? Und ich hab geschrieben, wenn du willst. Also, äh, es könnte sein, dass Flo eventuell gleich hier antanzt, ne? Ich sag aber schon im Voraus, wir werden uns auf keinen König 1 gegen 1 einlassen, ne? Ja, ich, ich, äh, möchte auch nicht wirklich einen König 1 gegen 1. Er hat besseres Equip als wir, das dürfte er doch wohl schaffen. Also von daher. Ähm. So. Dann werden jetzt erstmal ein paar Bögen gecraftet. Nice, ich hab Kopfschuss sicher, Eisenbein, also Beinschuss sicher und den Restschutz. Also bin ich allround geschützt, obwohl Schuss sicher scheiße ist. Naja, geht, wenn, man muss ja bedenken... Und Schärfe auf mein, äh, äh, mit Bogen irgendwie was machen. Und ich hab Schärfe auf Eiserschwert, das Toll, das Super Toll. So, wir bräuchten jetzt noch einen Amboss, den mach ich mir mal eben. So, dann das. Okay. Okay. Wir haben irgendwie alles... Deswegen brauchen wir eine Schmiede. Wir haben ja alles einfach drin. So, ich hab schon mal einen Bogen Power 3. Was? Was? Nein, oder? Hier, Bogen Power 3. Guck, guck rein. Warte, und ich hätte hier auch noch einmal Power 1 und noch einmal Power 1. Also, wenn ihr noch irgendwie Power 1 wollt, ne? Oder soll ich den zusammen machen? Ich weiß es nicht. Also, äh, ich mein, ich hab noch vier Level. Ich kann noch vier Power 1 Bögen machen. Ich hab 24 Level. Ja, warte, dann mach ich... Ich mach noch drei Power 1 Bögen. Dann hätten wir alle... Aber das Doofe ist, wir haben halt keine Pfeile. Das ist es. Also, ja. Es lohnt sich noch nicht. Ich weiß es nicht. Ja, gut, dann lohnt sich noch nicht. Ich, 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 ich geb dann, ich geb dann den Röder in den Power 1 Bogen. Ach, entschuldige, einfach eine Truhe. Wenn, wenn, wenn der Röder, äh, meint, er hat genug Pfeile, soll ich einen rausnehmen oder beide zusammen machen, aber ich nehm mir noch einen. Weil ich seh das für mich noch unnötig, weil gut, hier sind noch sechs Pfeile drin. Die kann's sagen, die aber, glaube ich, am besten nehmen. Wo ich grad reingucke, ist... Äh, ich hab noch 30 dabei. So, und auf das Eisenschwert hab ich Sharpness 1, okay. So, was wollt ich jetzt machen, genau. Also, sind wir auf jeden Fall schon mal, was das angeht, ein Power 3 Bogen, das sollte wir mal lappen, das sollte klappen hier, ey. Also, ich bitte euch. Ja. So, da haben wir dann Cobblestone, äh, Dingsstein drin. Zu den Waffen! Jetzt schreibt er, naja, gegen drei ist es unfair für mich. Ja, das ist sein Pech. Da kann ich ja nix für, ne? Was kommt der denn auch hier hin? Ja. Also, ich werd den so, so wie ich kann, äh, versuchen dann zu töten, ne? Das ist klar, ich hab ja nix zu vollgehen. Ich hab mir jetzt einfach mal geschrieben, wenn er jetzt, äh, doch noch Interesse haben sollte, da soll er einfach, äh, antanzen. Ich füll übrigens mal die ganzen Öfen mit ein bisschen Kohle auf, ne? Da, da, da. Und hier natürlich noch was rein. Ich hab jetzt Schärfe, drei Eisenschwert. Süchen. Also, wir haben 26 und, äh, äh, 90 Gold. Hast du gehört, König? Ja, ja. That is nice, that is sehr nice. So. Ich mach mir aber... So, in dieser Kiste kommt, in dieser Kiste kommt noch mal so ein bisschen hiervon. Wir hatten ja schon Äpfel, ne? Ich mach uns mal Goldäpfel. Ich mach mir aber noch ein normales Eisenschwert, damit ich das, äh, Schärfe drei jetzt nicht unbedingt abbrauche. Da hab ich nämlich keine Lust drauf. Mein lieber Lulus, hier, bitteschön. Hm? Zack, aufgesammelt. Oh, danke sehr. Herr Röder, Herr Röder. Ja, Herr Röder kommt. Wo ist der Herr Röder? Herr Röder ist hier, direkt neben ihn, hallo. Oh Gott, da ist er da. Bitteschön. Oh. Oh. Röder kam, sah und sieg. Ähm. Ne, das ist, äh, obwohl. Hier haben wir so. Haben wir noch irgendwo Gold? Ja, ja, zehn Gold hatten wir noch. Die packe ich da gerade noch rein. Ja, ich glaub, dass das... Ich meinst, das hätte nicht alles für ein Dings gereicht, für einen Super-OP-Apfel? Schon, aber, äh... Das wär dann ja gut gewesen, hättest du da reinrennen können an sich. Hätte ich, aber ich brauch keinen Super-OP-Apfel. Dann spare ich doch lieber irgendwie dafür, dass wir alle irgendwie einen Goldapfel haben. Und wir alle irgendwie sicher sind, weil, ne. So, komm schon einmal noch, weil dann hätten wir nämlich noch... Dann hätten wir nämlich wenigstens schon mal einen Platz weniger belegt. Sollen wir mal pennen gehen? So. Jo, können wir machen, können wir machen, können wir machen. Ja, der Röder kommt gleich. Dann leg ich mich mal in Röder ins Bett. Das ist übrigens auch noch eine Sache, was wir dann unbedingt bald regeln sollten, ne? Mit den Betten. Deswegen will ich mir jetzt ein Haus bauen. Ja, und ich fang mit der Schmiede an. Ich hab mir auch so einen kleinen Plan zurechtgelegt und, ähm, da momentan ja nichts von Flo kommt und er anscheinend auch nicht wirklich aufnehmen möchte. Wie wär's mit einem Thema? Da wir schon relativ fortgeschritten sind, können wir entweder mit dem Thema von, äh, einen von mir anfangen oder wir machen ein Thema, was Ludus noch vorgeschlagen hatte. Das könnten wir nämlich dann in den nächsten Part auch noch weiterführen. Also, ich weiß ja nicht. Mir ist das eigentlich an sich egal. Ja, mir auch. Kommt, kommt, kommt auf den Röder an, sagen wir mal so. Je nachdem, wonach, äh. Also, ähm, ich hätte, was sind eigentlich eure Lieblingsspiele? Wie sehr schätzt ihr, äh, äh, schätzt ihr die Anonymität des Internets? Und dann halt die tolle Frage mit, ist dein Glas halb voll oder halb leer oder ganz, weil Röder es leer gesoffen hat? Ähm, und von Ludus wäre einfach das Thema, wie wir auf unsere Namen gekommen sind, YouTube-technisch, wieso wir angefangen haben, was weiß ich. Oh Gott. Dass halt, dass jeder im Grunde so seine Stochi da erzählt. Ja, mir ist es einigermaßen egal, wenn ich, ja, ich bin, sind alles ganz gute Themen. Und das Thema mit dem Namen ist ziemlich schnell bei mir abgefrühstückt, aber okay. Ja, man kann ja auch so, wie man generell auf YouTube kam und auf das Play und so, dann scheiße, ne? Ah, okay, das, 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 das bei mir eine... Sowas, sowas kommt ja nicht von ungefähr, gut, der Röder schon, aber... Ja, der Röder, der... Der Röder hat halt einfach den Trend gesetzt. Warum, warum heißt so Mr. Haya? Weil Röder vergeben war. Genau. Röder existierte zu dem Zeitpunkt noch nicht so ganz. Das war das Traurige. Ja, so. Steaks brauche ich auf jeden Fall. Ich kann mich richtig vorstellen. So, kurze Frage, wie sieht es denn jetzt aus, wer baut wo seine Hütte? Weil dann kann ich nämlich einigermaßen die, äh, den Standort der Schmiede irgendwie mal setzen. Das wäre eigentlich ganz mal ganz so scheiße. Also, ich würde meine Hütte gerne ans Wasser bauen, ne? Ja, wegen deiner wunderbaren Anglerhütte. Ja. Hinter unserem Lager ist ja schon so eine kleine Fläche freigelegt. Der Röder hat, glaube ich, gemacht. Das war der Röder. Der kann aber auch gut die Schmiede hin, würde ich sagen. Ich weiß nicht, mir ist das im Grunde egal. Ich möchte mich jetzt eigentlich nur wissen, wer wo bauen möchte. Weil die Schmiede, die ist nämlich zwölf mal elf, äh, ist die, also ein bisschen, ne? Wie gesagt, mir ist das auch Latte. Oh Käse, oh Käse. Wie wäre es, wenn ich die Schmiede etwas weiter links hinter der, äh, hinter dem Lagerhaus bastel und du dein Haus etwas weiter rechts zur Richtung Wald hin, oder wie ist dat? Ja, kann ich machen. Weil da, da müssen wir, da müssen wir zusammen gleich nur noch eben die Erdfläche hier wegpacken und dann könntest du da den Hütter auch hinbasteln. Ja, kann ich schon machen. Dann mache ich mir nämlich jetzt auch noch eben kurz eine Schaufel. Da ist so noch eine drin, Mensch. Ja, die habe ich vorhin auszusehen gemacht gehabt. Ja, dann make ich, dann take ich sie doch mal. So, na gut, ähm, ja, was für ein Thema wollen wir denn jetzt nehmen? Ja, ich würde dann sagen, weiß ich nicht. Hat jemand von euch Erde? Bau ich gerade ab, aber dürfte auch in den ganzen Truhen irgendwo rumliegen. Ne, ich meine nur, weil wir haben hier relativ große Löcher, zum Beispiel die Stucht, in der Röder gar nicht rein durfte, weil du die verboten hast. Ja, wer weiß, Mensch. Ja, ihr Röder, was haben sie nicht gerade denn gedacht, mein Lieber? Vielleicht willst du ja die ganzen Materialien da drin. Kann ich ja nicht riechen. Du bist der Röder, du kannst doch alles. Ja, gut. Ja, hab ich gesagt, dass ich der Röder will. Ja, gut. Hab ich. Ja, gut. Das habe ich nun mal verrödert, aber egal. Ja, ja, ja. Du hast die eigene Röder, jetzt röderst du die auch selber aus. Punkt. Aber diese schlechten Röder-Sprüche, das ist einfach schön, das ist einfach schön. Das ist einfach Röder. Ja, aber ich muss mal eben kurz nochmal diese Scheiße hier runterdrehen. Für die Leute, die es gar nicht wissen, Röder ist auch eine Maßeinheit. Genau, den Alkoholpegel misst man natürlich nicht in Promille, sondern in Röder. Ja. Sie haben schon 1,5 Röder, Indos. Was? Nicht. So. Aber den Alkoholpegel, den misst man dann aber auch mit Röder in Hunde, ja, natürlich. Das muss man dann auch dabei beachten. Ja, klar. Deswegen fällt dieser meist größer aus, als er eigentlich ist. Ja, das ist mir schon bewusst. Das hatte ich mir schon gedacht. Ja, nur nicht, dass dann unsere Zuschauer hier denken. Was labern die da für eine Kacke? Das denken die so oder so schon. Ich meine, jetzt haben wir schon wieder mit Röder angefangen. Eigentlich wollten wir ein Thema suchen, aber ich denke mal, Röder ist auch ein gutes Thema. Ja. Röder ist das beste Thema, weil es halt um Röder geht. Ganz einfach. Mhm. Ach, Röder ist immer ein gutes Thema, ne? Ja. Man kann halt viel über Röder rödern, das ist aber das Schöne. So, zwölf mal elf hatte ich das. Ich frage jetzt nur, was war zwölf, was war elf? Scheiße. Also wir müssen aber jetzt Seiten hier in der Oberfläche reinbauen, in das Scheißkuh. Da habe ich jetzt gerade... Geh weg, du Scheißkuh! Samen, geil. Und Ludus kämpft mit einer Kuh. Rödige Samen, das ist aber schön. Ja. Oh, fuck, was war jetzt zwölf? Ach, hier ist auch so eine Scheißschlucht. War zwölf so? Oh, hier habe ich noch keine Ahnung, Mann. Oh, ich habe einfach zu wenig... Ohne Witzel, dass es mir mal irgendwann an Erde mangeln sollte, ne? Das ist heftig. Ein, drei. Ich gucke auch übrigens noch, ob wir irgendwas wieder in Öfen reinpacken können. Warte jetzt. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Okay, das ist schon mal elf hier. Ähm... Eins, zwei, drei, vier... Erde. Zwölf. Erde, 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 so richtig. Also, wenn du noch Erde brauchst, ich hab noch einen Stack, ne? Naja, ich hab jetzt wieder, äh, dreieinhalb Stacks. In-Sitech hab ich noch. Ja, gut, ähm... Wir müssen dann im Grunde den Part auch gleich schon beenden, also zumindest ich. Weil, ich bin nämlich jetzt gleich schon lang genug auf dem Server. Ha, das ist doof. Tja. Das ist wirklich doof. Oh, aber wir werden natürlich noch weiterhin, äh, den Part laufen lassen und den Rest mit den beiden kommentieren, glaube ich. Ja, ne, du musst dann hier die Skypoint-Fu auch direkt verlassen. Ja. Einen Röder werd ich tun. Kannst mir mal einen rödern, aber so, so, so nicht, mein Freund, so nicht. Ich röder mir einen, aber richtig. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Einen Röder kannst du immer, mein Freund, ne? Mehr war nicht. Also Röder ist... Also Leute... Ich hab schon mal gestrickt, den Röder lecken. Röder... Röder ist zugleich Kompliment als auch Stimpfwort. Röder ist einfach alles. Ja. Röder ist der Sinn des Lebens. Ja. Und manchmal ist Röder auch Thomas. Wie, anders? Ne, Röder ist nicht anders. Manchmal ist Röder auch anders. Habe ich mir mal so sagen lassen. Ist das so? Ja, ich... Keine Ahnung. Zeit ist abgedacht, Freund. So, ich will noch diese Placke hier abmachen und ich will noch diese Placke hier abmachen. Und ich sag ruhig mal schon mal Tschüss und bis zum nächsten Mal. Jetzt noch zwei Minuten, Röder. Und... Dann beim nächsten Mal wird die Schmiede angefangen zu bauen und natürlich, wie immer, Fragen und so weiter. in die Kommentare. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Okay. Also, ähm, ne? So. Ich röde hier noch ein bisschen Erde weg und dann würde ich sagen, mache ich auch mein Partende. Ja, ich mache mir noch eine Schaufel und dann mache ich auch mein Partende. Ist auch sehr praktisch. Also, der Flo, der schreibt gerade, ich würde nur bei 1 gegen 1 On kommen. Wir könnten jetzt auch dich verarschen. Naja, also verarschen würde ich den jetzt nicht. Aber, was man natürlich jetzt auch noch bedenken muss, wenn ich mich ein bisschen vorbereite, ich meine, ihr könnt natürlich trotzdem drauf sein und im Grunde den Kampf verobachten oder was weiß ich. Und sollte irgendwas falsch laufen, dann könnt ihr natürlich gerne eingreifen. Was? Ender jetzt im Part. Achso, okay. Ja. Vielen Dank fürs Zuschauen, weißt du? Dann. Wir rödern uns morgen. Tschüss.